Das ist jetzt ein Punkt, das wissen wir hier in der Richtung. Das ist ja auch mit den Punkten, das sieht ja auch etwas anders. Meine Damen und Herren, im letzten Kampf des heutigen Tages Mittelgericht Jure 75 Kino stehe ich Ihnen rüber. In der runden Ecke Schamil zu den anderen und in der blauen Ecke Eduard Garnmann, Tito Parkborn. Der Tag geht in der Sozialrunde, eine halbe Minute und wir müssen heute von Holger Reck machen. Jo, tschüsschen. Reck reiß unter Eis. Reck reiß unter Eis. Ciao, meine Damen und Herren! Nein, Sie sind? Dann! Dann, Sie sind? ? spapier in der Aussageет years an den addictive. Oh, 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 oh. Wunderbar, weiter standen, weiter standen. Wunderbar, 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 weiter standen. 3. 3. 3. 5. 5. 8. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.